Hallo Freunde, ich bin's wieder, Alpha, ich, also Excel-Alpha, wie es euch, wie es euch beliebt, ähm, ja, ich spiele jetzt, äh, und ich laufe immer wieder in die falsche Richtung, ähm, wo denn, er lügt mich doch nicht an, und ich sehe, ja, ich sehe, ja. Ich weiß nicht. Bist ja passt. Okay. Was ist das? Fick dich, Alter. Komm da wieder hoch, Mann. Ich hab dich genau gesehen. Oh. Hä, der ist jetzt down? Ohne Scheiß. Alter. Oh, geil. Den hat's erwischt. Ich muss jetzt so extrem vorsichtig sein. Da oben lauert noch so'n Typ. Hier unten noch. So'n Pendler kann ich nicht genau sehen. Warte. Äh. So, ja. In Position. In Bereitschaft. Ja, Sir. In Bewegung. Wo ist er? Ach so, er. Ziel gesichtet. Wo rennt denn Ellen rum? Neu formieren. Scharfschütte. Lade nach. Käpt'n stehen unter Feindbeschuld. Lade nach. Stehe unter Beschuss. Scharfschütte. Scharfschütte. Ach. Ist der não weg? Tore ist auch schon tot. Ich stehe da. 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 Nicht gut. Wirklich nicht gut. General, sind in Position und müssen sofort evakuiert werden. Salvatore ist getroffen. Sieht böse aus. Sein Team wurde eliminiert. Überall Leichen. VIP 1 ist nicht hier. Wiederhole, keine Spur von VIP 1. General Martin, Ihre Männer am Boden sollten jetzt Infos zur letzten Position von VIP 1 auf dem Hut haben. Es gibt eine Baustelle in Mitchells Nähe. Mitchell, Sie sind Abzugjunge. Finden und sichern Sie VIP 1. Bin unterwegs, General. Äh, nee, nicht schon wieder. Scott, wir haben einen Sammelpunkt eingerichtet. Ihr neues Ziel ist es, dorthin zu gelangen. Auf geht's. Auf geht's. So. Und wie es dann weitergeht, seht ihr im nächsten Part. Hohoho. Bis zum nächsten Mal.